C.R. Siggi wird ihn bringen, der fliegt hoch in die Luft, senkt sich auf... Und dieser soll ganz gefällig werden, der Torwart fälscht ihn ab, ich stehe frei vom Tor... Aufstellung hat sich eigentlich von selber erklärt, ne? Ein Hauswechselspieler. Wobei, die Möglichkeit ist ja nicht. Ob das ein Spieler ist, oder? Das wäre ja so ein... Ein menschliches Krankenhaus, aber alles gut. Sogar Rücke Nummer 13 hier drauf. Das ist ein Zeichen, Alter. Hey, Jammerz, ne? Ey, da ist doch noch einer. Wie ist noch jemand? Ey, Jungs, was ist los? Gib dir mal abgemacht, für die neuen Schuhe. In die Holger. Ja, das ist richtig geil. Prost, Männer. Jammerz. Matchday. Hey. Wenn alles sich nach links verballert, dann bleibt der aber hier außen. Der bleibt hier außen. Damit hier der Raum frei ist. Weil der geht dann hier. Nein, schick den mal mit darüber. Nein, das ist ja das. Ja, siehste. Und das ist das. Der fangt schon wieder an in der Kabine. Nein, nein. Der Ausbringer geht toll. Ja, das ist egal. Aber es ist ein Spiel. 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 Letzte Woche haben wir uns angeguckt, nochmal analysiert. Haben eigentlich alles falsch gemacht. Diesmal wird es besser. Ja. Guckt euch den Kader an, Leute. Wir kriegen gerade so elf Leute zusammen. Eigentlich sind wir zehn. Eigentlich sind wir zehn. Keinen Schuss zulassen. Weil jeder gefährlich. Handicap mal zwei, ne? Und ihr habt es jetzt verstanden. Prostrunde. A.k.a. Wir spielen immer noch um den Aufstieg. Aber schon wieder ganz unten in der Tabelle, wo wir uns wohlfühlen. Abge ist der beste Tänzer mit Abstand. Kannst du noch mal den Macarena machen? Der war wild. Auf was genau warten wir? Der Trainer ist Abge. Eins, zwei, drei. Tief! Was ist das für ein Wetter? Hallo. Das Gute ist, der Gegner wärmt sich nicht auf. Ich hoffe einfach nur, dass er nicht antritt. Ich glaube bei dem Boden hier ne... Der Kollege ist vorbereitet. Acht Paar Schuhe dabei. Kein Problem. Was hast du heute? Ich sag gar nichts. Wissen wir mal, ich mach keine Kommentare bevor hinterher schief geht. Okay. Deswegen bitte schelbst dich bei meinem Aufwärmen. Okay, okay. Weiter. Komm, komm, komm. Und wir sind jetzt... Wissen Sie! Wow! Oh, gell! Oh jaaa, gut Abge! Oh gut, Abge! Heute wird Kampfspiel, absolut Kampf. Wir haben keinen Auswechselspieler, schlimmste Wetter, Knochen tun weh, aber wir werden alles geben. Und damit starten wir heute hier ins zweite Spiel gegen die Griechen von Hellas und wir lassen erstmal den Ball laufen. Und zu Beginn machen wir es auch richtig gut. Und wir spielen hier hinten rum ganz sicher, doch Matzel hat jetzt hier plötzlich den Einfall auf den ersten Panner zu gehen und das ist natürlich wichtiger als Ballbesitz oder auch wichtiger als das erste Tor. Und unser Keeper Meli hier heute mit seinem ersten Ballkontakt, ein schöner Pass in den Fuß des Gegners. Und wir bauen das Spiel wieder gut auf über Süle, der jetzt auf Matzel hier spielt, der den Gegner einfach mal stehen lässt. Matzelchopp und an ihm vorbei. Jetzt der Ball auf Holzi. Ich nehme hier den Ball mit und spiele da einen Pass in die Spitze auf Piero, unseren neuen Mann. Der schickt den Ball rüber zu Spidey, aber der kam angeblich aus dem Abseits. Weiter Ball von Hellas Richtung Stürmer. Der Ball springt aber zu unserem 6er Holzi, der den Ball rausspielt auf mich. Ich spiele den Ball wie ein Krüppel zu Siggi, der jetzt hier erstmal wieder fummeln will. Zieht jetzt ab, aber wird da noch leicht gefoult. Für den Kontakt gab es aber hier noch einen Freischuss und CR Siggi wird ihn bringen. Der fliegt hoch in die Luft, senkt sich auf einmal an die Latte. Meine Glatze verlängert hier den Ball Richtung Gegner, aber Uwe ist da und jetzt machen wir das Ganze nochmal schlau von hinten, versuchen hier über den Abkehr nochmal aufzubauen. Der sieht mich hier und ich spiele den Ball jetzt nochmal raus auf Matzel, der auf der Außenbahn lauert. Der gibt die Pille hier nochmal scharf rein und das hätte schon das 1 zu 0 sein können, meine Freunde. Ganz verobern wir hier den Ball. Boris will das Spiel schnell machen, doch der Ball kommt etwas zu unpräzise in Richtung Piero. Die Anfangsphase gehört auf jeden Fall uns. Der Fischer lässt hier auch noch einen aussteigen, um dann einen schönen Pass hier ins Nichts zu spielen. Boris stibitzt sich den Ball im Mittelfeld, spielt den Ball jetzt auf Siggi. Siggi hat ein bisschen Zeit und Platz und sieht links den Matzel, spielt ihm jetzt da den Ball rüber und Matzel macht das einfach unwiderstehlich, will den Ball in die Mitte spielen, doch da ist eine griechische Zehenspitze dazwischen. Meli, Abicim jetzt hier mit einem Ball in die Mitte zu mir, ich spiele den Ball hier nochmal raus auf Uwe und der hat ja seine Brille natürlich auf dem Spielfeld nicht an, deswegen muss er erstmal richtig gucken, findet aber jetzt vorne den Siggi, schlägt den Ball hoch und weit und Siggi nimmt ihn auch an, versucht sich hier durchzusetzen, geht da durch und wird dann von den Griechen gesandwiched. Heller ist im Angriff und keiner geht da wirklich dazwischen, deswegen muss Boris von hinten kommen und jetzt hier das Foul ziehen, aber richtig gemacht. Hellas macht jetzt ein bisschen mehr Druck hier mit einem hohen Ball nach vorne, aber Süle, er ist doch ein Tier, der schirmt den Ball einfach mit seinem Körper. Wir bauen das Spiel wieder auf, hier über Uwe Abi, Uwe Abi hat mal wieder die Idee und spielt einen langen Ball auf Matzel, der heute dann durchmarschiert wie sonst was, aber schon wieder ist ein griechischer Fuß dazwischen. Und unsere Ecke kommt in die Magengrube von dem ersten Griechen und der zweite klärt ihn dann endgültig zur nächsten Ecke. Die zweite Ecke kommt perfekt auf Boris' Fuß, doch der Hellas Spieler klärt ihn da auf der Linie. Boris, die Bestie, entscheidet sich hier nochmal hintenrum zu spielen auf Meli und der macht den Ball nochmal scharf auf Uwe und Uwe haut die Bille jetzt erstmal in den Himmel hinein. Den gilt es jetzt erstmal zu kontrollieren, da gibt es noch einen kleinen Bodycheck. Wir kriegen den Freistoß. Sigi kämpft hier alleine wie ein einsamer Krieger gegen den Griechen an der Eckfahne. Versucht es jetzt hier noch mit einer Grätsche, aber das wurde gepfiffen. Und dieser Freistoß, der soll uns doch tatsächlich noch um die Ohren fliegen, denn der Ball tropft einfach mal komplett durch bis zum Stürmer. Abi ist zum Glück noch da, der versucht hier zuzumachen, der Ball wird nochmal aufgelegt, aber wir können die Situation irgendwie klären. Hellas diesmal hier im Ballbesitz mit der Nummer 2, die spielt den Ball hier raus. Und der griechische Matsoumels spielt hier einen perfekten Außenrisspass, das riecht nach Abseits, aber der Schiri lässt weiterspielen und die Nummer 9 setzt ihn knapp daneben. Der hat wohl kein Zielwasser, sondern Uso getrunken. Wühle aus der IV legt sich hier das Spiel zurecht und schlägt einen weiten Diago auf den Fischer. Der fischt sich den Ball erstmal aus der Luft und geht jetzt hier am ersten Gegner vorbei, spielt den Ball auf außen nach vorne Richtung Piero. Der hat hier mit einigen Gegnern zu kämpfen, aber kann den Ball noch rüberlegen auf Spidey. Der versucht ihn jetzt in die Box zu bringen, aber da ist nur einer davor. Boris Nummer 9 erobert hier fair den Ball. Wirklich klasse gemacht, aber dann fairplaymäßig lässt er sich auch hier wieder den Ball abnehmen vom Gegner, die jetzt das Spiel schnell machen wollen. Hoher Ball, aber diesmal entscheidet der Schiri auf Abseits. Wir starten hier mit einem Kopfball von unserem Naga. Das könnte eine schöne Vorlage für den Gegner werden, aber Uwe ist doch dazwischen. Schlägt den Ball nochmal rüber und Meli kann den Ball direkt zum nächsten Gegner spielen. Matzel ist aber direkt schon wieder da, versucht hier Druck zu machen und der Gegner fällt jetzt hier auf den Boden und das gibt einen Freistoß. Sehen Sie jetzt eine griechische Freistoß-Spezialität hier von der Nummer 6, aber Meli ist da und hält den Ball und der Spieler steht zum Glück schon wieder im Abseits. Und jetzt auch mal ein Freistoß auf unserer Seite und Süle schlägt den weit bis an den 16er von den Gegnern und Sigi schnappt sich die Pillow und zieht einfach mal ab. Da kickt glaube ich das Snooze gerade rein. Ein recht ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, aber wir haben zum Glück den übermenschlichen Melium-Tor, der diesen Schuss hier vereiteln kann. Und hier können wir erkennen, auch die Griechen hatten den einen oder anderen Uso schon vor dem Spiel, denn der geht ja mal komplett daneben. Viele kleine Fouls im Spiel, deswegen auch einige Standardsituationen. Sigi bringt jetzt hier den Freistoß von 40 Metern Richtung Tor, der Torwart kommt rausgehechtet, landet da auf dem Boden, alle beschweren sich, der Ball springt zu Fischer und der zieht ab. Und selbst die Verwirrtheit ist verwirrt. Und das Tor zählt, denn es wurde nicht abgefiffen. Der Fischer hat das Ding da einfach reingeprügelt ins Tor und wir führen damit 1 zu 0. Und somit führen wir das erste Mal dieses Jahr 1 zu 0, langer Ball von Hellas, der hier zur Ecke geklärt wird. Und die Ecke soll kommen, wird hier per Kopf im hohen Bogen verlängert und da sitzt der Nächste mit dem Kopf, ey. Und damit steht es nach zwei Minuten direkt wieder 1 zu 1. Und dieser schnelle Anschlusstreffer tut dem Meli hier gar nicht gut. Uwe spielt den Ball zurück und Meli macht die Pille nochmal richtig scharf, sodass der Uwe hier richtig ackern muss und spielt den Ball raus. Jetzt sind die Beine auf beiden Seiten hier am Zittern. Die Griechen mit einem Fehlpass, der direkt dem Piero da in die Füße fällt. Der spielt den Ball auf, Holzi, Holzi macht die Meter, legt ihn ab auf Sigi und Sigi zieht jetzt ab. Aber trifft das Tor leider nicht. Neue Gang-Sign, B für Brotatoos. Die war auch nicht gut. Deswegen, so wie am Anfang weiterspielen. Das war Willenskraft. Mit dem Rücken nur am Laufen. Wo da dann... Na, Drehung. Ist eh klar, Tipp zu verlieren, ich weiß. Ja, gegen den haben wir mehr als eine Chance. Auf jeden Fall. Ja, es ist nur auf diese Kopfballkombis von denen. Ja, ja, ja. Aber da geht's jetzt weiterzuarbeiten. Gerade auch. Ey, wir spielen mit dem Wind jetzt. Wir spielen jetzt auch wie unsere Kurve. Jetzt mit Wind ist anders. Wir starten heiß in diese zweite Halbzeit und machen deswegen direkt Druck. Wollen die Griechen zupressen, die sich nur mit einem langen Ball befreien können. Doch Boris und Hoyt, sie setzen hier zum Gyros-Sandwich an. Ein Wurf Dunklers. Und wir stellen hier die Spieler schon hoch zu. Wachen früh Druck. Und so gelangen wir hier in den Ballbesitz. Und Sigi schießt einfach mal. Der setzt ein bisschen auf. Der wird gefährlich, aber Torwart kommt noch ran. Die nächste Ecke springt Boris schon wieder vor die Füße. Doch diesmal setzt er den Ball knapp daneben. Der Verteidiger fühlt jetzt hier schon den Abstoß aus. Ich komme jetzt hier an die Pille und will direkt erstmal durch zwei Leute durchdrübbeln. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Und Boris spielt aber den Ball weiter. Schiri hat trotzdem gegriffen. Und unser Naga hat sich natürlich direkt am Beschwerden, warum es da nicht den Vorteil gibt. Ich bin mal mit dem Schiri am Boxen, der Naga. Ecke von Sigi, 18, die kommt gefährlich. Direkt Richtung Holzis Birne. Die Birne war aber leider ein bisschen zu flutschig. Und die Griechen hier mit dem nächsten Einwurf können den Ball erstmal behaupten, aber nicht mehr lange. Denn Boris, die Bestie, läuft jetzt gerade auf Hochtouren und er arbeitet sich hier den Ball. Er spielt den Ball raus auf Sigi und er erfindet kurzerhand mal einen ganz neuen Trick. Er hat schon alle Tricks gemacht, die es überhaupt gibt. Deswegen muss man da auch einfach mal eigene erfinden. Mehli jetzt mit einem riskanten Ball in die Mitte auf den Fischer, der hier aber gnadenlos erstmal abgeholzt wird. Spidey Abi holt sich jetzt erstmal hier die Pille vom Griechen ab und spielt den Ball hier zu Boris, der Bestie. Der sieht den Matzel. Ne, hat er gar nicht gesehen. Er hat irgendwas anderes vorgehabt. Auf jeden Fall springt der Ball hier zum Matzel. Der sieht mich hier hinten nochmal und Kevin De Bruyne mäßig. Mit dieser Übersicht spiele ich den Ball hier raus auf Sigi. Und Sigi mit der Vision für den Piero. Aber, ja, da fahre der Männer wieder aus. Freistoß Hellas Verona in einer gefährlichen Position. Aber die Nummer 17 geht jetzt hier down. Ohne jeglichen Kontakt. Was ist denn da los? Und ja Leute, eigentlich haben wir keine Auswechselspieler gehabt. Real Talk. Aber abgekonnte gar nicht mehr. Und Ray, das wandelnde Krankenhaus, immer noch verletzt. Hat zum Glück seine Sachen dabei gehabt. Deswegen kommt er jetzt hier aufs Feld. Boris und zwei, die können jetzt hier zusammen im Tag Team den Ball erobern. Und Boris möchte direkt die menschliche Kanonenkugel in Szene setzen. Mit einer Flanke, was aber leider nicht ganz funktioniert. Und wir springen in unsere nächste Chance rein. Fischer jetzt hier mit einem weiten Freischuss in Richtung Bestie. Der streichelt den Ball aber nur mit der Sohle. Und der Torwart kommt leider ran. Nächster Standard für Hellas. Wieder ein gefährlicher Ball Richtung Tor. Aber der Grieche verpasst. Und was jetzt passiert, ist mal wieder unglaublich. Ach ja, was wäre ein Kreisliga-C-Spiel ohne Palaver, ey. Zum Glück hatten wir Musti nicht dabei, sonst wäre das Ganze ja komplett eskaliert. Ein Wurf für uns. Und der Ball springt da. Piero vor die Füße, der ihn jetzt zurücklegt auf Uwe Abi. Uwe Abi tankt sich da wirklich durch. Zieht jetzt ab. Aber hat leider kein Glück im Abschluss. Boris und Spidey jetzt hier erstmal mit einem schönen Doppelpass am Start. Und Boris geht ein bisschen. Die Bestie wird jetzt nämlich richtig heiß und wütend. Der packt sich nämlich direkt hier auch den Ball. Ein Wurf einfach direkt straight zum Gegner. Nur damit man wieder selber den Ball erobern kann. Der Ball springt zu Piero. Der zieht einfach mal drauf. Der könnte gefährlich werden. Aber Torwart hat ihn noch. Angriff der Griechen. Und wir sind mal wieder löchrig wie ein Schweizer Käse. Das passiert uns sehr oft gegen Ende des Spiels. Doch Olzi kriegt da zum Glück irgendwie noch den Holzfuß rein. Und kann Schlimmeres vereiteln. So, wir haben jetzt hier mal wieder einen Einwurf. Der springt erstmal ein bisschen durch zum Matze. Der schickt den Sigi. Und Sigi ist auf einmal alleine vorm Tor versucht, den Ball drüber zu legen. Und nein, der ist nicht drin. Trotzdem haben hier einige schon von uns gejubelt. Und auch manche Fans. Es gab wirklich sehr viel Gerangel und sehr viel Palabra. Keine Ahnung, warum das alle so ernst nehmen. Das ist Kreis Liga C, Leute. Und Ray, unser noch angeschlagener Kugelblitz, ist jetzt auf einmal ganz schön schnell hier auf der Außenbahn unterwegs. Kann jetzt hier den Ball behaupten. Wird ein bisschen gehalten. Und das wird abgefiffen. Nummer 6 schießt jetzt hier auf ganz süß den Ball weg. Und das gefällt dem Schiri mal ganz und gar nicht. Und er zückt dafür die gelbe Karte. Und nach der ersten gelben Karte wird jetzt hier wohl noch viel diskutiert und wohl auch beleidigt. Und man munkelt sogar gedroht. Und deswegen sieht der Schiri jetzt hier rot. Und der Spieler auch. Und damit spielen wir nur noch gegen die 10 Griechen. Während Uwe hier noch im Mittelfeld twerkt, wird Sigi auf jeden Fall den Freistoß bringen. Und dieser soll ganz gefährlich werden. Der Torwart fälscht ihn ab. Ich stehe frei vom Tor und schaffe es, wirklich den Ball von da aus daneben zu schießen. Ich wollte einfach nur im Erdboden versinken. Da musste ich los. Spidey Abi kriegt jetzt hier den Ball vom Fischer gepasst. Der will dem Sigi auflegen. Der täuscht einmal an. Aber Matze probiert es einfach mal. Und der Ball springt wieder in die andere Richtung. Und so kann jetzt hier vielleicht der Konter für Hellas gestanden werden. Aber nicht mit Sigi. Denn der haut hier den Gegner schön in den Untergrund rein. Und dafür gibt es natürlich auch eine gelbe. Daraufhin gab es natürlich einen Freistoß für die Griechen. Die führen ihn kurz aus. Mit einem Doppelpass sind sie da an Ray vorbei. Und Nummer 12 läuft jetzt hier die Linie lang. Der hat scheinbar noch frische Beine. Bringt die Flanke. Und auf einmal stehen die Griechen frei vom Tor. Und das ist das 2 zu 1. Und Spidey hat mal wieder Wadenkämpfe am Start. Und jetzt ist die Moral natürlich am Tiefpunkt. Und wir vergeben, beziehungsweise ich vergebe eine Großchance. Und wir fangen uns das 2 zu 1 ein. Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Und jetzt versuchen hier die Griechen schon den nächsten Angriff zu starten. Hier wird Uwe überspielt. Aber der Kollege rutscht jetzt voll weg. Ich lache mich kaputt und rutsche selber weg. Und kläre den Ball ins Aus. Hey, zum Glück ist aus der Ecke dann nichts geworden. Nachdem Abke die Minecraft-Server erfolgreich gewartet hat, wollte er auch nochmal aufs Feld, um uns den letzten Push zu geben. Für die paar Minuten, die noch übrig waren. Und dieser Push kam auch Uwe Abi mit der Hereingabe. Die zu Süle springt. Der zieht ab und landet auf einmal am Boden. Und der Schiri entscheidet auf Elfmeter. Und die Griechen rasten hier komplett aus. Da gibt es direkt erst mal die nächste rote Karte für irgendwelche Beleidigungen. Oder was weiß ich, was da genau war. Auf jeden Fall, ja. Es war ein sehr, sehr hitziges Spiel. 90. Minute im Spiel. Sigi packt sich den Elfer und verwandelt ihn für uns. Das ist der Ausgleich. 2 zu 2. Sigi! Also Leute, die Schlussphase war wirklich geisteskrank, ja. Also was da alles passiert ist. Hier wird jetzt Boris einfach nochmal weggeschubst. Wir befinden uns schon in der Nachspielzeit, muss man hier betonen. Und da wird jetzt nochmal eine gelbe verteilt. Aber der Kollege hatte schon eine gelbe, deswegen ist es die nächste gelbrose Karte für die Griechen, die jetzt noch zu 8 auf dem Feld stehen. Bruder, was hier mit abgeht, geisteskrankt. Wie sagst du heute zum heutigen Spiel, Leute? Boah, schwer. Wie schwer? Sehr schwer. Aber wie immer das Pech auf der Seite, ne? Ja, großes Pech, aber irgendwie haben wir das noch geschafft. Einschalten. Wie geht's deinem Fuß? Karriereende oder passt noch? Nächste Woche wird nichts. Wird kritisch, sagst du? Ja, ist mega kritisch auf jeden Fall. Aber kannst du eigentlich noch gut laufen, eigentlich so. Bist du ja noch gerannt? Ich hab hier auch lochen schon. Der läuft gegen mich. Auf einmal. Mit dem Körper zurück. Aber ja, schubs der mich weg. Ich schubs den zurück. Ja, und dann Falava. Digga, Sigi drückt den Ball. Was soll ich machen? Sigi drückt den Ball da. Sigi schießt. Geht daneben. Alle so, nein. Ich drehe mich schon zurück. Und dann herkommst du mich eigentlich an. Ich sehe den. Ja, 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 ich sehe den. Ich sehe den. Ja, ich sehe den. Keine Chance von mir. Habt ihr nicht gesehen, Alter. Ich dachte, ich stehe im Abseits, Alter. Schiri ruft so irgendwie. Nummer 7 steht. Nicht so, ja, Abseits. Einfach daneben geschossen. Alain, Alter. Mahler. Scheiss. Sigi. 病. 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 病.